Mit Perfektion vollzieht sich stets das gleiche Ritual. Eine diskret überreichte Rose kündet von neuen Aufgaben für Geheimagentin Najika Hiragi. Ihre Waffen sind schöner als jede Blume und so gefährlich wie die Liebe. Sie sind das Geheimnis von Najika. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020